Ich möchte zu dem Ausstellungstitel ein paar Worte sagen. In meinem Besitz ist mein Pass, der unter dem steht, besondere Kennzeichenleger. Dieser Pass ist 1940 ausgestellt worden. Ich nahm an, dass dieser Begriff, so wie er da steht, und so ist er ja auch als Titel der Ausstellung genannt worden, dass dies beinhaltet. Leider vermisste ich bei meinem ersten kurzen Gang im Dezember, war unterwegs, ein Hinweis darauf, woher dieser Titel der Ausstellung kommt, und den Hinweis darauf, dass wohl die meisten meiner, der damals betroffenen Afrodeutsch und ich nehme diese Bezeichnung, weil sie eher spinnig ist. Es waren die Londoner Gesetze, die nicht ausdrücklich, dass in den Gesetzen, die ich mal lasse, sollte sie nachlesen, wird nämlich hochinteressant, gegen die Schwarzen, gegen die Afrikaner, gegen die Neger, sondern es waren die Durchführungsbestimmungen, die Ausführungsbestimmungen von Herrn Glopke, der uns sicher dem 11. Sonntag bekannt ist. Und diesen Hinweis, diese Bemerkung dazu, habe ich sehr verletzt. Vielen Dank.